Wann wolle ich denn schon? Ich habe eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Was? Ja, lasst mich mal vor, ich fahre schnell in die Box. Kann das mal jemand im Chat schreiben? Ich komme an meine Tastatur gerade nicht ran. Dann habe ich wenigstens noch eine Chance, sonst muss ich jetzt warten. Ich bin von der Kupplung gerutscht. Dann kann ich wenigstens immer durchfahren und fädle mich hinten wieder ein bei euch. Ich bin der Geilste. Kann das mal jemand für mich schreien? Ich fahre gerade so schnell. Wie gesagt, ich komme leider gerade schon an meine Tastatur ran. Wer war denn letztens? Mad Dog, was? Mad Dog, ich habe dir jetzt mal zu groß geschrieben. Genau, ich mache jetzt den Mad Dog. Entschuldigt, Leute, ich habe einen Fehler. Meine Wertung ist sowieso verkackt. Ich kann nur von hinten. Also, hinterher kommen meine ich jetzt nicht. Entschuldigung, also wie gesagt, total hetero und so. Ich mag Brüste. Ja, nee, also wie gesagt, ich fahre jetzt schnell in die Box. Und dann fahre ich mich hinten wieder ein. Ja, dann klärst du ihn halt nach dem Rennen auf. Ja, das wird sicher. Ah, jetzt kriege ich noch mal eine Zeitstrafe raus. Ja, die 5 Sekunden haben wir schmerzen. Du kannst übrigens, mir aufgefallen, du kannst den Spielen nur neu starten, wenn du jetzt der Horst bist. Dann kannst du jetzt Escape machen, Sitzung neu starten. Und dann gibt es sofort einen Neustart, ohne Qualifying oder sonst so. Wenn du jetzt aber auf dem Server bist, geht es nicht. Deswegen konnten wir den Abend nicht neu starten. Ah, okay. Vielleicht kannst du nur der Horst, der in dem Moment der Horst ist, dass er einfach Escape drückt und dann Sitzung neu starten. Also wie gesagt, alleine geht es. Und dann selber ein Mast. So, jetzt seid ihr alle wieder schön an mir vorbei. Ja, hat der geklappt. Ich kann mich wieder hinten einfehlen. Und es knallt. Haha, und ich bin aus den Unfällen heraus. Aber nur minimal, also alle sind nach der ersten Kurve gekommen. Ja, ich bin aus der ersten Kurve gekommen. Fliegt hier gerade durch das Kiesbett. Aber war eine clevere Idee, jetzt hänge ich wieder hinten dran. Ha! Ja, die hatten noch einen Fehler gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, durch diese Einführungsrunde, wenn ich jetzt mal direkt mit mir zähle, sind die Unfälle wirklich bisher immer an Grenzen geblieben. Ja, weil wir so langsam alle aufeinander eingestimmt sind. Der SLS ist hier wirklich benachteiligt. Oder wer war das hier hinter mir? Ach nee, ist ein Esten. Ich wollte es gerade sagen, weil der SLS, ja, Andy müsste es sein. Der ist ja abgeflogen. Vorsicht, Kromavi, mein Freund. Ich bin hinter dir. Nicht, dass wir uns wieder in die Wolle bekommen. Bei uns gibt es immer Kleinholz. Wenn wir uns begegnen. Schieb spielt gern mit seiner Lichtstupe. Ich weiß nicht, ob der die Regeln nicht gelesen hat, aber bei Spa ist mir so eine Wiederholung aufgefallen, fährt er auf der Geraden hinter mir hinterher. Blink, 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 weißt du? Das soll mich schön irritieren. Und dann hörst du noch irgendwie im Chat, da hat er irgendjemand angeblinkt. Ich bling gleich zurück mit meinen Bremslichtern. Oder ich bling gleich zurück mit meinen Bremslichtern. Ja, ja. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Da dachte ich, erwähne ich es jetzt. Ich denke, ach, scheiße. Jetzt habe ich eine Community-Renn mal gemacht, aus Versehen. Ich habe Lichtschalter angemacht, weil es zu dunkel wurde. Der Typ vor mir war in der Kurve irritiert und ist gleich abgeflogen, dachte ich, geil. Ich habe stattdessen immer das Licht angemacht. Schöner Fight hier mit Kumavi, ist schön eng. Ich komme an den Jeep nicht ran. Wow, wow, das ist aber, ich dachte, ich bin bei den anderen rein. Das ist der schnellste Lapp der Rennstupe, der Großvater. Also, ich muss darauf hoffen, dass der Jeep einen Fehler macht. Ich kann mich hier auch nicht so wirklich vorbeipressen, ohne jemanden rauszuhauen. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Vorsicht, ich bin innen. Jetzt habe ich einen SLS vor mir, wer ist das? Müsst der Quattro Andy sein. Ach, da bist du da vorne, Jami. Okay. Genau, Quattro angelichtet. So der war aber, wow. Die Schikane war auch übel da hinten. Ich bin schon mal weg. Ich bin schon mal weg. Ihr müsst einen Moment so weit wie Sie können. Ihr müsst die inside-Line übernehmen. Oh je, bei euch, wer entwickelt sich ein richtiges 3er-Paket da hinten? Ja, jetzt wird richtig eng hier. Ich krieg euch beide, Dominik. Oh, jetzt hat er mir einer verpasst. Ich bin vorbei an ihm. Aber war okay. Er hat mich wahrscheinlich nicht gesehen. Wir hatten einen leichten Ditcher. Alter, was ist denn los? Ich komm hier immer raus auf einmal. Ist er innen? Ich seh ihn ja nicht mehr. Shit. Ich seh ihn ja nicht mehr. Nicht mal im Spiegel scheiße Zeitstraße. Ach, er ist rausgeflogen. Weiß ich nicht, ich hab's auch nicht gesehen. Plötzlich war er weg im Spiegel. sauber vorbeigestoppen. Sauber vorbeigestoppen. Ich bin wieder den gleichen Fehler. Ich bin wieder fast hinter dir in der Hälflung. Vorsicht, ich bin rechts. Links, 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 links. Aber wir haben uns nicht berührt. Jetzt schon. Ja, mit dem fight ich die ganze Zeit schon hier so ein bisschen. Aber ich bin schneller als jetzt wäre. Etwas. Oh, Daniel. No. Immer noch schön eng bei euch. Nein, wieder ein Fehler. Und trotzdem bremsen noch eine Zeitstrafe. Das gibt's doch nicht. Ey, hört da auf, Leute. Was soll ich dann machen? Wirklich mit deinen Zeitstrafen, ey. Ey, es ist ärgerlich. Du gibst noch voll, wenn du merkst, dass du den grünen Streifen berührst. Voll in die Eisen. Weil es hilft ja manchmal. Ja. Und trotzdem hat er mir dann noch eine Zeitstrafe verpasst, als ich wieder auf die Strecke kam. Ich hab ja mehr Zeit verloren, als ich gewonnen habe. Das ist total bescheuert. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber, äh, Musa. Boah. Alter, letzte Rille. Da hinten. Ich hab mich gerade so weit vorbei gequetscht an der Schikane da. Ups, hab ich ihn jetzt getroffen? Ja, ich hab dich getroffen, fahr vorbei. Nee, ich hab den Audi an die ein bisschen berührt. Merkst du aber leider nicht, da hat er mich jetzt ein bisschen an die Blinken, weil ich ihn gleich wieder voll lassen. Schöne 4er-Gruppe hier. Vorsicht. Schön, dass ich in der 4er-Gruppe im Moment noch verschont bin. Ich hab volle freie Fahrzeuge. Es ist keiner hinter mir und noch keiner vor mir. Ja, die hätte ich bestimmt schon bekommen. Aber immer wieder Fehler, 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 Fehler. Ich weiß ja, was in dem Setup gemacht, ich nicht. Aber nicht viel, nur den Sturz, ein bisschen Druck. Ich hab ein bisschen Druck. Bremse und Motorkühlung. Mehr eigentlich nicht. Ein bisschen Flügel habe ich hinten weggenommen. Da stand auf 9, da ist er jetzt auf 6 oder so. Ich mag auch die Übersetzung hier nicht, weil ich finde von den Einstellungen überhaupt nicht, was davon der Flügel ist. Abtrieb. Abtrieb? Da ist ja schon mal. Entschuldigung, ich stand voll auf der Bremse. Ich konnte nicht mehr bremsen. Vorsicht, bin links. Ich lasse dich immer wieder vor. Zu dritt. Durch die Kurve. Entschuldigung. 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 Erinnere mich bitte daran, dass ich nicht gleich bin. Die Leisheit. Ich hab's nicht gespürt. Ich hab nur gemerkt, dass mein Heck quer kommt, konnte es gerade noch halten und zog dich mit. Oh Mann, ey. Ich konnte, ich glaub, komm ich dem Schieb näher? Kann das sein? Ohne Spaß, ich komm dem Schieb näher. Ich rieche Platz 3. Ja, jetzt hab ich's verkrackt. Ah, ne, doch nicht. Ich bin links, Vorsicht. Vorsicht, immer noch links. Ah, ey. Ja, wo bleib ich denn? Ich bleib lieber links. Ne, weil hinter mir wollte gerade Komavi. Dann wieder vorbei, oder... ...wollten jetzt noch nicht so blockieren. ...wollten jetzt noch mal links. Wow! Ja, geil. Zeitstrafe, ey. die wurde getrennt hat verbindung verloren sehr schön schon mal platz mehr ja ich bin dritter läuft aber der disconnect von ihr hätte hätte mir beinahe das rennen kaputt gemacht hätte nicht viel gefehlt das war also wahrscheinlich so ein typischer absturz der es ließ sich nämlich irgendwie ich kuchen nicht entscheide punkt nicht weil du davor warst was ich was nicht kann du jetzt auch gerade jetzt auf ja genau und ich bin vorher auch so aber da habe ich dich ganz leicht touchiert ich habe die telemetrie nicht an in dem moment sonst hättest du sehen können aber man wird es wahrscheinlich später im clip sehen ich habe wirklich ja wirklich es ist es ist manchmal so eng ich habe bestimmt ein scheiß set-up der driver in fronte hat seinen gamm in drei Sekunden, wir haben immer noch den pace um ihn zu holen, um den Druck zu halten zu halten Ich denke immer, bei der letzten Kurve vor Start und Ziel, wenn ich da im Rückspiegel so weit blau ist, Komavi hängt mir im Heck. Das ist aber was anderes. Verbremst, verbremst, verbremst. Oh Mann, nee. Die Gruppe ist auch nicht so, mein Freund hier. Ich war an einem ganz, ganz anderer Linie neben da. Welche die erste oder was? Nee, so eine langgezogene, links. Ich frage mich nicht, welche das ist. Dritte, vierte? Also die im Infield. Ja. Ich mag die erste, ähm, ähm, die allererste Kurve nicht. Also diese komische Schikane und dann diese Rechtskurve da. Ja, das ist ja bei uns mit dem TSL, kann ich mir nichts sagen. Also bei mir zumindest. Dieb ist wieder online. Shit schreibt er. Komavi. Ich hab jetzt zwischen die Kurve nicht gekriegt. Ich bin aber irgendwie froh, dass der Andi mir nicht hinterherkommt. Das ist gut. Weil der SLS müsste hier eigentlich praktisch ein Nachteil sein wegen diesen vielen Kurven. Normalerweise. Das kann am Server liegen. Das hab ich auch manchmal bei dem, ähm, wenn jemand dazukommt, ist bei mir so meistens. Ja. Oder wenn er kurz stehen bleibt. Das war aber nur minimal, oder? Ja, mal ganz kurz. Aber wenn du gerade in der Kurve warst, hat es schon extrem gestört. Gerade beim Einlenken. Jetzt gerade einlenken und dann hackt's. So wie jetzt eben gerade. Ah, nein, nicht schon wieder. Ah, nein. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. . 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 We've dropped back a little bit, 10 seconds from the car in front. Try and push that gas. . 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 Es ist eindeutig, beim Rennfahren werden wir meine Klappe halten. Nicht nur du. Ich habe mir gerade zwei Sekunden pro Runde auf den Quattro Audi angeführt. Ja, weil der Quattro kommt mir auch näher. Ich habe keine Klappe halten. Der Jarrett muss ein verdammt gutes Setup haben, der hat schon 20 Sekunden Vorsprung. Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht. Das ist unsere 2. Warnung, um den Track zu kümmern. Ja, wenn du jetzt noch kurz vor dem Überholen das Licht einschaltest, flieg da ab. Kann mal jemand ja schreiben, der fragt nach dem Lichtstopp. Kann ja nicht, meine Tastatur liegt so weit weg. T, J, A, 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 ja, schön, genau, das war's. Ey, das gibt's nicht, weißt du? Der Himmelharsch. Man mag meinen Stopp jetzt. Ja, ich mach meinen Stopp ein bisschen später. Und ich denke auch mal, dass ich die Reifen wechseln werde, nur um sicher zu gehen. Acht, dann brauche ich nicht. Okay, lass uns stabilisieren diese Laptimes jetzt und fokussieren. Okay. 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 Das dauert übrigens viel lange, der Meister. Ich bin gar nicht ins Tisch diesmal. So Freunde Krieg Ich kann euch nur sagen, ihr solltet die Projektierer auch ernst dringend auf den Boden legen Und wer mich kommen sieht, Platz machen Jetzt habe ich ein Messer zwischen den Zähnen hier Ihr lap time ist ein bisschen erratisch Try and line up some strong, consistent laps Keep focused and get back on it Alter, warum ist der Anti auf einmal so schnell? Ich hatte vorhin nur 6, 8, 10 Sekunden gehabt Jetzt habe ich nur noch 6 Sekunden Ich habe mich gerade gehört Boah nee, ich glaube ich muss eine Runde früher rein, das geht nicht mehr Ah, sehr schöne Andi ist jetzt auch in der Box drin Okay Okay Okay, da hat er sich verbremst. Wo sind die Boxen? Wo sind die Boxen? Ach, dahin! Ich habe sie noch nicht so wirklich gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie noch einen kurzen Schluck. David wurde getrennt. Der Zweiplatzierte. Sehr schön. Ja, ich bin noch vom Mann hier rausgekommen. Treppchen? Treppchen ist ja noch drin. Bei mir ist vor mir der Kumavi. Ja, bei mir sind es auch noch acht. Ich bin Sechster. Da sind ein paar rausgeflogen wieder. Man sollte ganz dringend die Pornos ausmachen beim Spielen. Nicht saugen. Zieht extrem am Ping. Ich wollte ihn bekleben, aber den musste ich jetzt unterbringen. Nee, das ist Kumpel, sagt er immer zu mir. Wenn er beim Spiel rausging, sagt er, sollst du ganz dringend die Pornos ausmachen. Ja. Wenn du die runterlädst. Welchen Platz hast du denn vorher? Ach so. Ja, wollte ich gerade sagen. Man merkt manchmal gar nicht, dass ich in der Box fahren fährt vorbei und guckt, ey. Doch, also laut meiner Statistik bist du jetzt Zweiter. Hast du bestimmt in der Box überholt? Aber ich bringe wahrscheinlich einen Andi mit. Der Push ganz schön. Okay, guck mal, wir haben an der Box geschnappt. Ja, der ist auch rein. Andi, lass mich in Ruhe. Ich will nicht meinen dritten Platz weg. Ich mag einfach diese runden Kurse, wo du dich so aus den Kurven rausbeschleunigen kannst. Ich mag diese engen Schikanen nicht so wie Nürburgring hinten, die letzte. Das ist überhaupt nicht meins. Ich mag nicht so enge Strecken. Nee, Monaco ist auch nicht meins. Das war eine schöne Strecke. Ja. Die musste man nachts fahren. Das sieht sie geil aus. Aber ich war die auch nur alleine. Mit KI und so, das kannst du vergessen. Das habe ich auch noch nicht versucht nachts, siehst du? Dann könnte man ja auch mal gucken, wie das aussieht. Oh, das ist mega geil. Bei Nürburgring war ja Nordschleife war ja letztens schon der Hammer nachts. So gut beleuchtet, die kannst du sogar mit dem Formel 1 Auto fahren. Ich habe ja gerade das nächtliche Monaco für mein neues Profil getrennt. Ja, nicht gesehen. Mal gucken. Mal gucken. All cooler actualen Bereich. Mal vergessen, wirkatzen wie du hinter niveau darauf hin消estehen. Ch miellig. Mal gucken, ihr habt правда, wir gefallen. Es �awsze haben auch hart. Es geht nicht. Mal süß das sind ja nicht. Ich dachte nicht die letzte Rille ist, was ich hier gerade mache. Mag nicht mal. Dann weiß ich es aber auch nicht. Ich glaube ich habe mich hier auf Fliegensee nehmt. Ich werde mit dem Yami Griner 3 geknallt. Ich bin ein Gott im Abfangen heute. Hey, das war geil hier. Ich bin kein Decker als heute. Ja! Achso! Warum? Weil die Tür hättest du eigentlich zumachen können. Achso! Ich habe mir halt gedacht, okay. Hast du eine andere Linie? Ich nutze die Lücke. Ich stecke da oft in solchen Situationen auch mit Absicht zurück. Ich auch. Bevor Fortnite ja scheppert. Und dann sind wir beide in der Box. Kann sein, dass du gleich Besuch vom Andi kriegst. Hm. Ich habe doch gesagt, du könntest gleich Besuch. Ah, wir sind jetzt knapp für V2. Nur eine Sekunde hinter dir. Komm, du kannst ihn nehmen. Danke, dass du ihn ein bisschen aufgehalten hast. Ah! Jetzt! Das ist schön, jetzt habe ich gleich drei Sekunden aufgeholt. Vier! Dieser Mann ist alles über dich. Du füllst die Schrauben. Es ist Zeit, die inside-Line zu entfernen. Und brechst so lange, wie du kannst. Es ist auch unglaublich, dass dein SLS das Rennen anführt. Ich hätte nicht gedacht. Ein blindes Korn findet auch mein Hohn. Mhm. Oder so ähnlich. Der anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pupt. Oder so. Warte, da gab es doch auch noch. Was? Kennst du nicht? Das habe ich noch nie gehört. Der anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pupt. Kennt jemand noch Mirko Nonchef von euch? Nie gehört. Der hat es damals mal in so einer Comedy-Sendung, RTI Samstag Nacht oder so hieß das. Hat sich so in meiner Kindheit eingebrannt. Ich weiß nicht mehr. Ich habe in meiner Kindheit zu viel Dauntic abgefragt. Ich habe in meiner Kindheit gehe es abgefragt. Ich habe in der Nähe von euch geinged. Ich habe in meiner Kindheit geflogen. Und ich habe in meiner Kindheit geflogen. Ich habe in meiner Kindheit geflogen. Es ist so klein und gar nicht mehr geflogen. Ich werde bei einem schwimmen. ich war 16 19 habe gleich meinen schaden repariert als sie ja geschrieben habe ich wollte sowieso in dem dreh rein genau der alte kohl bundeskanzler kohlsitz er kennt ihn so als bundeskanzler kohl dass er den damals dass der den thunfisch erfunden hat jetzt weiß ich wenigstens wer den thunfisch erfunden hat ja cool stand da in seinem badeurlaub mit seinen freizeit pampers mit nässeschutz so knie knie hüft tief im wasser da ist ihm so ein fisch durch die beine geflutscht so mitten durch die beine und da hat kohle sagt muss nicht thunfisch und so ist der thunfisch entstanden kenne ich zumindest so da was man hier so alles aufgabe ein anderes wort für arschgeige kennst du den das anal violine ich habe schon noch nie gehört uralte dinger so jetzt muss ich nichts mehr sagen sonst bevor ich wieder fehler mache und kriegt dann gleich eine rüge von racing james wie der große artikel jetzt in dem video so schlecht habe ich dich noch nie fahren sehen ja hat er recht gehabt aber der abflug in aurush der war der hammer die kamera perspektive hat genau ich stimmt mit da in die bande eigentlich schlagen bin ja aber auch die frage warum warum einer keine koppel nicht mit einer koppel perspektive fährt ich war auch nicht mit koppel perspektive war motorhaube ich habe es mir erst so extrem wieder bei projekters angewöhnt mit kopp zu fahren weil wie gesagt bei vielen spielen ging es früher nicht aber die ansicht so komisch dass du die kurven nicht einschätzen grund ist ich habe allgemein so probleme mit koppel perspektiven ich weiß auch nicht warum ob die einzige strecke wo ich jemals koppel hier gefahren bin als jetzt komplett ist die nordschleife du brauchst ungefähr 34 runden bei projekt hast bist du dich so an die koppel perspektive gewöhnt hast so wende die da noch mit dem winkel und der sind dem sichtfeld wie vermont mehr empfohlen hat wirklich einstellt mach einfach mal pause irgendwo und dann stellst du um mit diesen ganzen tasten plus minus habst du mir jetzt so eingestellt drei runden habe ich schon gewöhnt perfekt brauche fast diese diese knöpfe nicht mehr nach links rechts kommt doch so ein bisschen drauf an mit welchem modell ich eine koppel perspektive habe zum beispiel mit dem koppel perspektive von hier bin ich jetzt genau das ist das was ich gerade meinte das musst du dir mit diesem blickwinkel und diesen einstellungen alles einstellen ich habe wärmer auch nicht glauben wollen bis ich dann mal aus der box raus bin und mich wirklich vorher mit den tasten alle belegt wusste wo sie sind habe mich dann auf die wiese gestellt und dann mir mit dem winkel vorne ran hier hoch runter rechts links mir also einstellt das passt und jetzt perfekt jetzt brauche ich nicht mehr nach links und rechts gucken weil ich sie links den spiegel in den innen spiegel ich müsste vielleicht wie die rechts guckt hast du belegen weil ich rechts nicht sehe aber auf jeden fall viel besser als vorher meine füße sieht man nicht mehr sieht man noch also die koppel bei jenetta finde ich ein bisschen katastrophal genau war beim bmw genauso muss einfach mal versuchen mach ich mal nach dem rennen wer noch hat mir da immer texte unter meine videos geschrieben und ich sage es geht nicht ich weiß noch einstellen sollen also wieder gesetzt noch mal und dann wieder sucht die blickwinkel von projekten am anfang zurückgestellt und kannst du die kameras noch einstellen 80 prozent 90 100 und so da habe ich sie lassen und habe mir dann halt die tasten belegt mit sitz rauf runter vorne hinten und dann kannst du blickwinkel erhöhen und und irgendeinen anderen winkel hast du da glaube noch und dann kriegst du wirklich perfekt hinwenden so wie du gerne haben möchtest ich war nämlich sonst auch immer so ein hauben fahrer außer von hinten kann ich nicht so dass du das auto komplett sie es geht mit lenkrad überhaupt nicht mit controller auch nicht ich bin froh dass mein pingen durchgehalten hat das heißt mein vater ist noch nicht aufgestanden ist gut zu wissen ab morgen ist er eh wieder nicht da da ist er nämlich in duisburg arbeiten wie alt bist du welk mal fragen darf 22 ok ich bin 35 geworden sind ja ich bin meistens im tf immer der jüngste wir sind alle also ich bin aber nicht der älteste jörg ist 44 denke mal schieb von der stimme her klang auch ziemlich reif wo man nicht als zu sagen ja so irgendjemand war noch so meinem alter ach du bist 39 cool dann sind wir wirklich alle so faszinien zwischen 45 und 25 so glaube ich sind zu der größte teil immer noch nicht der jüngste läuft ich habe bis jetzt nicht jeden gefragt aber ich bin doch eigentlich keine rolle wie alt jemand ist aber ne aber dafür dass du 22 bist und schon ähm äh solche sponsorenrennen gefahren bist schon hab ich halt durch einen früheren freund von mir bekommen sonst wäre ich da nie und nimmer reingefahren er hat die chance leider nie jemand geboten ich denke ich hätte mich nie so schlecht wie ich durch ich habe mich ein affektor sehr oft duelliert und ich habe ihn halt immer besiegt und ähm und das war glaube ich auch war das sein vater oder sein onkel ich weiß es nicht mehr er hat mich da reingebracht aber dem ging es nur ums gewinnen aber bitte lass noch zwei runden durchhalten der andy kommt mir immer näher ich will den zweiten platz halten 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 Viel zu viel Benzin mit. Oh scheiße. Ich habe es beim Nachtanken in der Box schon ja ahnt, dass es zu viel wird. Und ich hatte irgendwie noch 10 oder 11 Liter drin, obwohl eigentlich hätte leer sein müssen. Es ist schade, dass diese Spritanzeige nicht stimmt. Dass man sich darauf nicht verlassen kann. Weil man guckt ja beim Training nicht unbedingt immerhin, was verbrauchst du jetzt bei den Runden. Man weiß nicht, wie viele Runden müssten jetzt gefahren, ohne dass du in der Box warst. Weil wenn du in der Box warst, hast du ja wieder Vollsprit drin. Und bei der Endrunde stehen dann da 10 Runden. Ja, wie oft war ich jetzt in der Box, wie oft hat er danach getankt. Das ist alles ein bisschen schwierig so. Aber okay, lieber zu viel als zu wenig. Ja. Und ich muss jetzt unbedingt durchhalten. Ich habe nämlich die derbste Fahrfehler gemacht und drei Sekunden verloren. Nein, Andi, du gibst mir meinen zweiten Platz. Ich gebe meinen... Nicht in Frage. Könnte sein, dass ich hier nur noch kriege. Ah, nee, ist ein bisschen zu tun. Ja. Bleib scharf. Sieben, du hast ein paar starken Läder. Jetzt, lighten sie auf. Ich denke mal, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dürfte ich den zweiten Platz halten. Nicht so wie gestern. Also sagen wir mal so, ich habe mich durch meine Fehler wieder um meinen Sieg gebracht. Ich denke mal, ich hätte bestimmt gewonnen oder ich wäre um die ersten Plätze mit. Ja. Und hier schon wieder, scheinbar. Und hier schon wieder. Ja, ich fühle mich nicht, wenn sie kam. Ich merke es irgendwie nicht selber. Jetzt dreh noch eine Runde, denn schläf mich aber aus hier. Das ist wohl jemand, der kältet. Ja, etwas. Ja, bei mir fängt es auch ein bisschen an. Nur halt, dass ich eher mehr Kopfschmerzen habe. Ja, mir macht sich wieder so auf den Hals bemerkbar. Ja, Herbst kommt, sag ich dann mal. Mhm. Und war eben acht Sekunden verloren. Boah, Alter, der Andi klebt mir am Arsch. In Ruhe. Ja, ich habe es geschafft. 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 so viele fehler macht hätte wiederholung speichern ich denke mal diesmal haben bestimmt viele am start stehen ja wie wir waren wir am anfang 16 10 12 10 waren wir der jared ist rausgeflogen und der schieb ist rausgeflogen okay wir haben es auf jeden fall schon gespeichert ja auch ich hatte dann vorsprung er hat 37 sekunden 39 sekunden also ein minuten war bei mir 23 als er rausgeflogen ist ja wir haben die wiederholung gespeichert als wenn jetzt verlassen was kommst du wieder an ein spiel zurück aus hauptmenü migration fehlgeschlagen gott sei lang habe ich die wiederholung gespeichert er stand jetzt bei mir zumindest vielleicht aus dem grund weil schieb der haus ost war aber jetzt nicht wir alle runtergeflogen sind sondern das server noch gewartet hat bis ende ist jetzt vielleicht deswegen nicht in die lobby zurück kam einmal da kam gerade warten ping was bei ihr teams wie geht